Strampeleanzug! Hallo zusammen. Ich darf den Anzug behalten? Na klar, mir passt der nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Okay, Kleiner. Viel Glück da draußen. Die Welt verändert sich, Jungs. Dort zeigt, dass wir das auch tun. Hör zu, Vita. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas hängeln. Es nervt, Stark behandelt mich wie einen kleinen Jungen. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Was ist das nicht mit mir in der Tür? Bei mir ist es. Tein Streit. Gäuer. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020